Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Mini-Meditation. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Farbe Weiß und zwar stellen wir uns vor wie weißes Licht von oben in uns einströmt und unseren ganzen Körper erfasst. Also du kannst dir das richtig vorstellen wie es von oben so Schicht für Schicht nach unten fließt immer mehr so dass dein ganzer Körper mit dieser Farbe Weiß eingehüllt ist. Weiß steht für Reinigung, Klärung, also einfach für Reinheit und diese Farbe darf heute jede Zelle unseres Körpers durchdringen so dass wir das Gefühl danach haben wir sind vollkommen in uns rein. Wir probieren das mal, setz dich dazu aufrecht wieder hin. Du kannst auch auf dem Stuhl sitzen, ist kein Problem, du musst nicht unbedingt auf einem Sitzkissen sitzen. Die Schultern bringen wieder locker nach hinten und nach unten und dann liege deine Hände auf die Oberschenkel auf, halte deine Wirbelsäule gerade und dann schließe deine Augen, atme entspannt einen aus, komm erst mal bei dir an und wenn du das Gefühl hast du bist jetzt vollkommen bei dir angekommen dann nimm dir jetzt fünf Minuten Zeit und konzentriere dich mal nur auf die Farbe Weiß und beobachte was du wahrnimmst. Wenn wir jetzt Pourquoi haben wir jetzt den Zeitpunkt der Fall mit den Ebenen, also dass du das Gefühl hast, diese schnelle Fälle war, weil du das auch immer fasziniert, dass du deinem Schiltern befest, und du siehst, dass du das Gefühl hast, wenn du die bist, und du das Gefühl hast, dass du die Precisigkeit in dem federstall abgestattest. Also du musst dich täنا verschen, hast du Alleghen, aber du hast du Senhorner, und in der Fall, dass du dich dazu empfiehltest. Du bist, dass du dich in den heart nurzuflern, bist du bist, so wie ich mit dem, wie geht es diesen Moment hinuntergez, dann wird das Spiel nicht leichter, aber das nächste Mal auf die Vielen Dank. 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 Und dann komm langsam wieder in Bewegung, atme wieder tiefer. Und dann öffne langsam deine Augen. Wie ist es dir gegangen? Konntest du die Farbe weiß sehen? Konntest du die Farbe halten? Hat sich irgendwas gezeigt? Wenn du möchtest, kannst du diese Informationen, die du bekommen hast, gerne im Kommentarfeld hinterlassen. Ansonsten wünsche ich dir heute wieder einen Tag. Ein Tag, einen Tag mit einem Tag mit einem Tag mit einem Tag, was immer dir begegnen, was immer dir begegnen mag. Es ist immer gut, ist sie meisten